Hallöchen und Willkommen zurück zu Wounds of Magic. Tschüss. Ich habe Angst, wir sind die Waldgegner. Aua, lass mich. Aber ich würde sagen, bevor wir zu den anderen Höfen gehen, gehen wir erstmal verkaufen, oder? Kann man das nicht hier irgendwo? Nee, ich glaube nicht, oder? Sieht schlecht aus. Warte auf mich! Nein! Du weißt doch, ich bin die Beste. Ach so, ja. Ah, fällt dir was drauf ein. Tu ich, tu ich. Das war so klar. Du, was verkaufen wir denn? Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Meine Vielzahl an Bögen, die ich im Inventar habe. Aber ich glaube, ey, das war es jetzt. Gut. Ja, ey, ich hasse Leute, die in NPCs drinnen stehen. Mein Gott. Die haben noch mehr Leute diese Krankheit. Dann klickst du einfach die Shift-Taste und dann kannst du auf das NPC klicken, obwohl jemand drin steht. Ich weiß. Ich habe es dir nur gesagt. Ich sehe die Meldungen auch, wenn der Ladebildschirm kommt. Vielleicht kamen die Meldungen bei dir noch nicht. Ich habe, glaube ich, schon alle Meldungen durch. Da war auch ein Rotz im Inventar. Gibt's nun gar nicht. Naja, gut. So. Naja, gut. Wir hätten gerade eine Quest abgeben können, aber egal. Okay, dann gehen wir mal. Kommen wir in HDÜ. Klar. Die rocken hier bestimmt mal weg. Es sind schon immer 50er Mops, scheißegal. Die sind doch nicht 50. Ja, sind die 50. HDÜ ist doch 50. Die hier. Rechts oben. HDÜ. Ja, Halle der Überlebenden. Ja. Mal Level 55er Items raus. Also denke ich mal, da sind die Mops auch in dem Levelbereich. Ähm. Ich flieg die gerade nur hinterher. Ja, ist schlecht, weil wir die Hügel brauchen. Wenn du mir hinterher fliegst, kriegst du keinen Hügel ab. Ach, brauchen wir noch mehr Hügel jetzt. Ja. Komm schon, irgendein Skill muss doch gehen jetzt. Dann auch nicht. Dann eben ohne. Ach, was ist denn jetzt wieder? Lasst mich doch mal den Kackhügel da einsammeln. Das ist doch nicht die Possibility hier. Lalalalalala. Also wenn ich zwei Mops am Popo kleben hab, dann geht das mit dem Zorn ganz... ja ist das ganz in Ordnung. Ja, und was merken wir dann? So viele Wops wie wirklich ziehen. Du kannst dir mal drum rumlaufen, weil die ganzen Mops einen sammeln und nicht schon die Erde einklatschen. Mhm. Ist auch die Idee des Jahrhunderts, oder? Ja. Aber natürlich. Ich bin hier die ganze Zeit nur um hin und her rennen, weil hier so wenige Hügel sind. Ja. Zu wenig Hügel, zu wenig... äh, zu wenig Hügel, zu viele Mops. Genau. Naja, zu viele würde ich jetzt nicht sagen. Ja, doch. Aber keine sind halt immer noch besser als überhaupt irgendwelche. Meiner, meiner, meiner. Du kommst klar, ne? Ja. Komm, du ruhig die Erde ein, damit ich wieder hinterher hänge, damit ich die Gegner klatschen kann. Schon dabei. Das war jetzt ironisch gemeint. Ach so. Oh. Hab ich gar nicht bemerkt. Wenn du immer schon alle ziehst, abhaust und mir klatschen sie dann den Arsch hinterher. Ich hab gar keinen gezogen. Ja. Ein Kaviar. Habe ich auch keine Falle. Ja. So, schon wieder ein Kaviar. Ja. Wie viele hast du schon? Ich helf dir einmal ein bisschen. Ich bin gleich fertig. Aber wer kackert denn da wieder rum? Der da hinten. Kannst du behalten. Ich hab's eh abgelehnt. Okay, jetzt hab ich's doch gekriegt. Ich bin fertig. Okay, ich auch. So. So. Mach querfeldein. Wuuu. Huiiii. So hab ich... Nee. Quatsch. Warum hast du was? Nee, ich wollte gerade sagen, wieso hab ich mehr Leben meistens. So, ich hab die 8, aber die ist ja die zweite Zahl und nicht die erste. Ich war gerade leicht verwirrt. Oder du meinst, weil ich momentan nur 400 hab und du 600? Jaaa, so kann man's auch sehen. Oh, hier kriegen wir eine Karte. Mann, 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 Mann. Giftrezeptur. Wir müssen jetzt zum Moriss. Hm. Wo ist'n der? War der Meitsches oder Dorian? Hm, Meitscheshof. Okay. Suche dir Händler für Dias. Ach nee, ehrlich. Das ist ja was ganz Neues. Das ist ne Logik. Oh Gott. Moment. Ach, Mann. Ja, aber das hat darauf bezogen, für Dias ab 25 Stück. Dias ab... Oh ja, ich auch. Für einen Euro bitte einer. Also für ein Taler. Goldstück. Wie auch immer. Was mach ich denn? Ja, sorry, ich hab keine Angriffs-Skills. Oh, sartig. Was du denn auch? Ja. So, Frettchenflügel wär'n doch auch irgendwie cool, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott, die Folge ist vorbei. Genug. Nein. Doch. Okay. Tschüss.